Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stundo Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Supermarket Simo, later. So, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir können hier erstmal die Dinge, also wir haben anscheinend noch einen Tag gestartet, so wie es hier aussieht. So, ist das jetzt leer? Nö. Okay. So. Haben wir irgendwas, was wir hier bezahlen müssen? Ja, das wird ja eigentlich sogar automatisch bezahlt, glaube ich, ne? Weiß es gar nicht. So, 58. Sieben, ach, nützige. Warum ist hier eigentlich so klein? Gut, ich bin auch nicht viel größer. Bitte sehr. Wir haben 582 Ditcher. Was können wir uns denn hier noch holen? Nee. Wir können einmal das hier noch kaufen. Und dann, ja, eigentlich können wir nur noch Medium Pack kaufen. Ah, wahrscheinlich ist das ja hier auch die letzte, letztes Video, habe ich ja in der letzten Woche gesagt. Jetzt erinnere ich mich wieder, weil wir ja schon fast fertig sind. Also, es könnte sein, dass das heute dieses letzte Video sein wird. So. Bitte sehr. Du auch? Okay. So. Warte, ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt ein Medium Pack. Das Medium Pack hier mit Soda und sowas. Fisch. So. Zack. Jetzt haben wir hier neue Dinger, sage ich mal. Whisky, Schieß, Soda, Soda, Schieß. Okay, Wein haben wir sogar. Guck, wir packen hier mal immer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1, 2. So. 700 Euro kostet das. Alles klar. Sorry, dass ich reich bin. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, hier haben wir noch so welche Plätze frei. Warte mal, bevor ich das da reinmache, mache ich das da kurz rein. So. Jetzt müsste hier noch einer drin sein, genau. So. Okay. Gut, also wir brauchen jetzt, beziehungsweise, ja, wir bräuchten eigentlich jetzt 744 Dollar. Was kostet denn hier 200? Das hier, ne? Dann nehmen wir das hier mal kurz raus. So. Okay. So. 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 Nee, nicht 75. 73. So. 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 45 so 25 Cent, bitte sehr ein bisschen dunkel ist es, glaube ich, hier bitte sehr so kurz das Licht anmachen ich weiß nicht, warum dieses Spiel gerade so übelst am Längen ist keine Ahnung aber müssen wir jetzt mal hier durch so haben wir hier eigentlich noch alles übrig wir kaufen jetzt erstmal die neuen Sachen und was wollen die ja, sorry, dass ich das noch nicht habe, Kollege Schnürschuh so, 5, 6, 7 bitte sehr oh, jetzt gehen die mir alle hier auf den Sack ne so ich glaube, ein paar Dinge müssen sogar im Fridge hoffentlich nicht ah, das muss in den Fridge man sein, dass das hier alles in den Fridge muss das hier doch auch, oder? na gut, dann wird das, glaube ich, noch nicht reinkommen weil ich erstmal einen Fridge brauche ne, Moment, Moment jetzt ich muss mal kurz gucken, was denn ein Fridge ist Hallo so Fridge Fridge A und Fridge B dann kaufen wir uns hier gleich ein Fridge B, würde ich sagen nächsten Tag sobald wir hier die mal kassiert haben 1, 2, 3 und dann 18 so jo, was willst du denn hier alles kaufen, Alter? so 35 Zack ja, für ein Ding brauchst du hier nicht ankommen, Alter kannst du direkt wieder umdrehen so, und seid ihr Zwinge, oder was? 32 10 20 30 2 so viel ja, sorry, dass du kein Soda findest, ja okay, heute hatten wir 26 und haben 728 Dollar plus gemacht so cleaner und schießt teurer okay so, wir müssen jetzt erstmal hier kurz den Fridge kaufen dann haben wir zwar nur noch 24 Dollar aber egal mit etwas Glück passt er hier sogar rein ne gut, passt er nicht ach ja dann stelle ich dich halt hier hin am besten mal gucken ist das so herum, ja warum geht das nicht? wegen der Scheibe, oder was? egal oh, ich muss öffnen so open, genau ok ok, so watz, 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 watz machen wir hier kurz mal 7.04 rein so 10.14 ne, du wartest jetzt ne, du wartest jetzt unten, würde ich sagen so aber bevor die das hier kaufen 3.5 äh, 4.5 so zack dann einmal diese Soda hier wie geht der die alle direkt hier auf diese Cola und Geiern, Alter so was ist das jetzt hier? nochmal Cola ich hab mir einfach zweimal Cola eingepackt egal äh, dreimal meine ich egal, dann kommt das hier hin so, jetzt müssen wir erstmal hier auf die anderen auch gucken also wir brauchen wieder Toast Toast und Nudeln Toast und Nudeln so Toast, Toast, Toast hier Nudeln und Toast so dann brauchen wir einmal jetzt komm ich in Cornflakes wieder das hier zweimal Mehl brauchen wir auch zweimal, ja Mehl, so dann diesen komm ich in grünen Cleaner hier auch zweimal was gibt's denn hier noch? hier sind ja die Cornflakes drin ich glaub sonst gibt's erstmal nichts okay sehen wir ja gleich so, erstmal jetzt hier bitte sehr so 86 Cent kriegst du bitte bitte so, wir haben jetzt schon wieder 114 Dollar das ist doch schon mal gut so, 1 50 60, 70 80, 5, 6, 7 so oh, jetzt muss ich muss ich gleich auch wieder Eier kaufen oder was? äh Wasser, natürlich ist für lebenswichtig was kommst du nicht finden? Whisky ja, Whisky hab ich noch nicht warten sie Whisky Whisky ist ein bisschen zu teuer tatsächlich so, 5 und dann 34 Cent, ne so, ja das kommt jetzt, Mann kommt noch nicht weil ich zu arm bin dafür tatsächlich dann kann ich die Eier hier auch glaub ich mit hin reinpacken, ne die Eier 56 ok sehr sehr oder warum nur ein sehr sehr wie viel brauche ich 313 jetzt ich werde nicht Whisky kaufen warte ich guck mal kurz was also was was habe ich jetzt dann nicht Whisky und Wein habe ich nicht, ne die beiden Sachen habe ich nicht äh ok Whisky und Wein leider wie teuer ist denn Whisky wow was 100 und 200 Ditcher kosten die äh 28 Cent bitte sehr bitte sehr so ich muss mal kurz was gucken ne irgendwas wollte ich jetzt gucken jetzt habe ich es vergessen doll ach egal ach ja genau diesen Thunfisch den muss ich hier auch nochmal reinpacken ach geht nicht, ne ja egal heute muss wieder ein Großeinkauf gemacht werden damit hier alles schön einpasst äh na nicht mehr viel wenn die jetzt ganz viel gekauft hat dann kann ich es jetzt holen na ich glaube es reicht sogar schon oder ja perfekt so danke sehr danke nicht weil ich brauche noch 9 Dollar jetzt aber hopp du hast die 9 Dollar oder ja du hast die 9 Dollar danke oh danke sehr für die Blumen so jetzt kaufen jetzt habe ich nur noch 49 Cent auf dem Konto hör mir jetzt bin ich ja komm mit der armen armen man so einmal mehr einmal die Cornflakes ich weiß weiß gar nicht ob ich jetzt von jedem 2 gekauft habe oder doch nicht also von mir habe ich schon mal 2 mal gekauft okay so Junge ich lande gleich im Minus wenn die jetzt nicht Geld bringen Alter dann bin ich ein armer Mann so Toast okay also es ist doch noch nicht die letzte Folge denn wir können auch dann kein Whiskey kaufen aber dann wird das nächste Video die letzte Folge sein dann gibt es kein Super Simulator äh Supermarket Simulator nein aber irgendwann ändert sich halt alles ne ändert sich genau irgendwann ändert hier alle irgendwann geht alles zu Ende meine Güte so wollte ich das sagen so jetzt habt ihr hier wieder ganz viele Ware ganz viele Leute stehen da jetzt auch an der Kasse rum und warten auf mich aber egal so Watz und das letzte sind nochmal Eier stelle ich mal hier hin so okay jetzt hier einmal kurz Licht an und einmal hier alles abkassieren so 5, 6, 7, 8, 9 70, 50 60, 70 1, 2, 3, 4 so boah ich hasse es warum leckt die Scheiße denn so so 5, 6, 7, 8 10, 20, 30 34 so auf zu legen so dann einmal 6 Cent sehr danke du hast es passend danke für die Blumen ey Junge warum haben die das denn alles passend hier ja du natürlich wieder nicht du kackst ja komplett rein alter so 66 oh hat zu viel okay so bitte und du einmal 2 Euro 10, 20, 30 32 so gut da haben wir sogar noch einen letzten so jetzt muss ich mal kurz gucken was ist hier ausverkauft okay Milch Milch ist ausverkauft gut die Milch 1, 2 so Wasser kann ich auch eigentlich kaufen wo ist denn hier das Wasser da Wasser Milch und Wasser so dann hier dieses komische Parmigano Parmigiano heißt das glaube ich so das dann noch ist aber hier weiter unten weil das ist ja erst neu das müsste das hier sein ne so und die Nudeln die Nudeln sind echt beliebt ey also die Nudeln die mögen die anscheinend die packe ich auch mal wieder drauf so zack gut Leute das soll es jetzt auch mit dem Video gewesen sein wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne ein Liken Abo und ein Kommentar da schaut außerdem auch von meinem Discordor vorbei der ist unten in der Videobeschreibung von links aktiviert natürlich die Glocke damit ihr kein Video mehr verpasst habt mich auch mal auf den Tag haut rein und euer Sandow ciao ciao Outro 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 Outro